Meghan Markles und Prinz Harrys umstrittene viertegige Kolumbientour hat endlich begonnen, und der erste Tag war voller Drama. Prinz Harrys und Meghan Markles umstrittene viertegige Kolumbientour hat begonnen, und der erste Tag war bereits voller Drama. Die Sassexes sind heute in Kolumbien gelandet, wo sie von Vizepräsidentin Francia Marquez begrüßt wurden. Ihr Reiseplan umfasste einen Schulbesuch, eine musikalische Darbietung in einem Kunstzentrum in Bogota und einen Internetsicherheitsgipfel. Während ihres gesamten Besuchs wird das Paar von einem kompletten Sicherheitsteam und Frau Marquez begleitet, die die Einladung zu einer sogenannten DIY-Royal-Tour aussprach. Diese Quasi-Royal-Tour, die viele Ähnlichkeiten mit einem offiziellen königlichen Auslandsbesuch aufweist, ist die zweite der Sassexes in diesem Jahr, nach ihrer dreitägigen Reise nach Nigeria auf Ersuchen des Generalstabschefs des westafrikanischen Landes. Am ersten Tag ihrer Südamerika-Reise gab es bereits mehrere brisante Enthüllungen. Netflix-Show löst Besuch aus Vor Harrys und Meghans erstem Termin in Kolumbien am Donnerstag hielt Vizepräsidentin Marquez eine Pressekonferenz ab. Sie gab bekannt, dass sie dazu inspiriert wurde, das Paar in das Land einzuladen, nachdem sie ihre Netflix-Dokuserie gesehen hatte, in der sie ihre Behandlung während ihrer Zeit in der königlichen Familie kritisierten. Ich habe die Netflix-Serie über ihr Leben, ihre Geschichte gesehen und das hat mich bewegt und motiviert zu sagen, dass dies eine Frau ist, die es verdient, in unser Land zu kommen und ihre Geschichte zu erzählen, Die umstrittene sechsteilige Netflix-Show der Sassexes, die nur drei Monate nach dem Tod von Königin Elisabeth II. ausgestrahlt wurde, legte ihre problematische Beziehung zur königlichen Familie und die Kämpfe offen, die zu ihrer Entscheidung führten, aus der funktionierenden Monarchie auszutreten. Frau Marquez beschrieb die Reise der Sassexes als einen ganz besonderen Besuch, der darauf abzielte, Brücken zu bauen und die Kräfte gegen Cybermobbing und digitale Gewalt und Diskriminierung im Internet zu bündeln sowie die Führungsrolle von Frauen in Kolumbien zu fördern. Wenig bekannte Tatsache über Prinzessin Denner Unterdessen wurde während der Pressekonferenz bekannt, dass Harrys verstorbene Mutter, Prinzessin Denner, kurz vor ihrem Tod im Jahr 1997 geplant hatte, Kolumbien zu besuchen. Harry bezieht sich bei seinen öffentlichen Auftritten oft auf seine Mutter und der Vizepräsident sagte, Ich denke, dass die Tatsache, dass Prinz Harry heute hier ist, nachdem seine Mutter davon geträumt hat, dieses Land zu besuchen, eine Gelegenheit ist. Das Beste unserer Nation zu zeigen, zu zeigen, wer die Kolumbianer sind. Wir sind Menschen, die inmitten von Widrigkeiten alles Mögliche tun, um das Beste von uns zu geben. am Karen wir pendulum ermittelt